Haben Sie sich nie gefragt, was wir hier machen? Du bist ein Geschäftsführer. Unsere Klienter sollte sagen, congratulations, Leute. Du hast das secret Weapon gefunden, um meinen motherfucking-Kompetitor zu fangen. Dankeschön kann ich ihn jetzt in die Suppe holen. Ist die Krawatte zu gelb? Du bist der Schönste. Du bist der schönste Arbeitslose in ganzen Lirien. Da draußen ist Krieg. Vielleicht hat irgendein Kopftuchmädchen ihren Jungfrauentest nicht bestanden. Jetzt gab es eine Massenvergewaltigung oder eine Steinigung. Was ist doch hier so üblich, oder? Schau doch mal in deinen Reiseführer unter Jungfrauentest. Du sollst uns bewerten. Du wolltest mit ihr hinter meinem Rücken gemeinsame Sachen machen? Auf die Company. So, nehmen wir doch gleich den offiziellen Seife beendet. It's boogie time. Da kann ich mit Kritik umgehen. Ist das witzig? Ich hab die so geleckt. Was ist die geleckt? Willst du mir das jetzt als Entwicklungshilfe verkaufen? Wie geht es weiter? Da ist was grundlegend scheiße gelaufen. Löse raus hier. Machine guns, ratatatatatata. What is it? The people are crazy here. People are crazy here. Wenn es was ernstes wäre, dann hätten sie uns längst rausgurgelt. Die Deutsche Botschaft, oder was? Nie das Goethe-Institut, Bianca.